ja leider weil dem gerade ein kippe auch gegangen ist der centus heißt kein spaß gerade ich finde es lustig ich bin schon wieder fast 20 und ganz jetzt mal ernsthaft da wegkommens ecke das hast du gesagt nicht der enderman und höhle und zwei diamanten habe ich auch nur gehabt ja ach man kann ja manche rumkampfen nimmt man ja noch mehr wer weiß so das kann erst mal noch brennen hier dann wollen wir hier mal ein bisschen gucken und das bin immer so die türen schmeißen muss recht macht er nur für dich aber jetzt ein bogen eigentlich mit irgendwie so als müsste es denn noch wieder vor das kann ja von oben leck mich am arsch und es geht schon wieder was ein farm ja ist klar körper steht um ecke das hätten wir noch nicht gesehen ist klar was kommt da ein loch mein blog weg wie gesagt mein blog weg kommt da ist mein loch dahinter ein eckes standen körper ich habe den gesehen aber mich nicht richtig ich muss jetzt aber mal zurück kein holz mitgenommen als wie ich was auch nicht die auch nicht mitgenommen nach dem minuten 20 fackeln mit räumen hier ist man noch alles weg ganze kohle die hier rumliegt so ja aus deutschstex hole da war ja noch mehr oben natürlich da in baumbruch kann eine fackel hängt wo man nicht rankommt dann beim weg und dann ist man das vor der banken ja weil es von mit kartonsch gieß so hier machen wir dann einfach mal so ein paar blöcke so dass die kohle runter fällt dass ich da nicht rüberspringen brauche so ist jetzt alle creeper alter was denn ich weiß warum jetzt körper da unten jetzt ziehen sie sich irgendwie von den pilzen an oder was und weiter zumindest war bei mir auch welche bist du noch da ja weil du mit einem so still warst die kommen alle aus meinem pilzloch ja das kann sein dass sie sich von pilzen angezogen fühlen jetzt das kann sein wie als ich ist das denn also ich weiß du noch immer was neues einbauen was man nicht meinen genau was neues einmal was nervt warum habe ich hier noch schwer gold schwer dann so drinnen und gold rüstung ok also nicht was ich hier immer noch ein endermann als maul endermann finde ich ja eh nicht aber coole sorry leute wenn es gerade ein bisschen dunkel ist aber leider habe ich kein holz von mir woher woher sich facken machen kann facken facken geht nicht einmal das ist fertig das 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 so 29 mhm so denn oh hier sind auch gelohnt hat sich das schon mal braune pilze hat sich schon mal nicht gerne und guck mal guck mal guck mal guck mal hallo 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 jetzt alle daran getan ja ach ja wieso nicht auch noch gewandt ist jetzt hier ist noch gebrannte steine hat die schnauze voll non nonstick hier wovon hast du die schnauze voll den gebrannten stein habe ich so viele wieder hier die ganze steine mit rein haue hach eisen hier haben ja schon david ich brauche nicht brauche nicht brauche nicht brauche nicht brauche nicht brauche nicht brauche ich noch mal hier holz ich glaube ich ziehe mich jetzt auch zurück wo hier so viel erde erstmal weg haben gucken ob diamanten da unter sind man kann ja glück haben dass der diamanten unter sind man kann ja das sagt man kann aber für dich muss man es nicht nicht immer aber glück hat man trotzdem mal so mein monster der alarm geht los das heißt wollen wir schon wieder monster ja schön zack 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 nö keine gar nix war da unten haben wir noch ein bisschen eisen in der wand ich glaube ich nehme einfach ein paar pfeile mit habe doch genug erstmal so irgendwas darunter wo jetzt doch noch in der wand ist sind die denn jetzt hier komme ich jetzt zurück weil sie nicht weiße ähm ja hübs weiße so weiße was denn äh ich weiß nicht mal woher ich kann da oben wollte er nicht dachte hast du ein gutes gedächtnis ja ich habe aber hier ist das ein bisschen verzweigt da habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt davon irgendwo kommt naja so ist das normal mich ist verraschen ach da unten das ist ja denn das hinten ganz weit wirklich komisches licht grad das denn hm chunk fehl oder so komisches licht cheater licht ist das bei dir ja du mir auch dass du jeden chunk sehen kannst ne das ist ganz weit hinten den ausgang sieht man ok ok du 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 nalalalalala neeee ach das ist jetzt auch schon mit schneller hunger verlieren immer so rennt grad wie ich hast du die tastatur nö ach so dann geht das ja noch gut dann kann ich jetzt immer quatschen ich quatsch mal zuschauen zuschauer also nicht das stimmt was er kann ich weiß genau nein keiner kommt mir zu mögen dich alle nicht das soll keine netten zuschauer zwei diamantnahmen 17 23 noch wieder weiter verzaubern wie wäre es eigentlich mit verzauberter diamant rüsten bräuchte man vielleicht auch noch so gleich hinter dir tot ich blog kannst du den angucken noch ja oder wenn er etwas weiter entfernt ist aber du nicht sehen kannst komm her die zombies stirb 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 und der zweite nennen kommen her bei fuß und er hat sich da unten geportet und dann war mit einer vor mir ich gebe auf den sack und er will 21 21 bin ich sterben war das knapp also muss ich regenerieren und ich habe noch eine keine ender perle bekommen aha die sagt auch eine nach scheiße ja meine mit dafür deswegen meine ender perle die wegspinne meine ender perle hau ab ja was habe ich denn jetzt auch jetzt habe ich geschäftschen aufgeschehen lecker bis gelehrt hat er mich noch getroffen goldes skelett ich krieg krieg ein narapel da ist noch ein handy was mit den endermann denn jetzt los also nicht voll viele endermänner cheat ist doch nein creeper explodier also feile kannst du endermann nicht töten geht nicht aber endermann und creeper das geht das vier ist wohl hoch geflogen eben dabei ja toll ist klar spawnt direkten skelett da bei mir in der nähe ja trifft es mich noch mal alter warum sind denn so viele zombies denn jetzt hier ja wenn du zombies gehst dann komm mal näher weißt du das nicht mehr ist doch voll nervig zwei endermann also nur noch drei stück ach da hinten ach ich glaube da wegen dem iron golem weil der auch aufräumt um die zombies deswegen vielleicht auch noch würd ich sagen ja es waren gerade sechs stück boah ist ja normal nicht wenn ich sie nicht angreife ist klar ich schieße auf den ähm zombie und was passiert blöcke der einfach den fall ab aha ja nö ist klar hästiger zombie was ist denn hier noch komm endermann das ist nice komm endermann perfekt ach ja ist klar habe ich gleich den zweiten auch noch angeguckt wieso nicht jörb 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 das dann weiß es noch wo es ist ne muss ich in den heften gucken wenn mir die koordinaten aufgeschrieben ist ich will es habe ich gar nicht mehr und du feiger endermann jetzt komm her Porti nicht weg wenn ich nicht schlagen will geht doch mh level 25 ich brauch doch nur noch eine in der Perle ach es ist voll äh es ist nicht vollmond sondern wie nennt sich das keine ahnung altmond ne wenn der mond gar nicht da ist äh keine sonnenfinsternis ne ne ich weiß keine ahnung boah ey zombies ne 5 stück 5 oder 6 stück eben komm ich auch zack 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 angeklatscht oh gott sei habe ich nen bogen mit ey ein bisschen wasser und dann greift die so ein scheiß skelett an ja tisch spinni spinni boah ich mach wieder was essen mein gott verlierst du schnell hunger auch schwer ist das sowieso schon oder auf normal schon mehr aber 1 7 ist ja noch heftiger boah ey teinten müssen kann ich dir noch angucken kann ich dir von hier angucken ne natürlich nicht natürlich darf ich dahin ich bin zu doof zum treffen ja oh da ist ein enderman du bleibst ja schon hier du portes hier das bin ich wirklich nein portet dich mal nicht weg enderman toll das geile ist willst du zum enderman hin was passiert hauter ab ja weil es jetzt hell ist ja bei mir wird es auch so langsam hell da hilft doch kein an ich bin da extra hin ja toll weg dann portes der portes ich auch beim hellen jetzt nur noch rum ist egal egal kann auch wenn ihr abnehmen hier level 27 bin ich ja level 27 heizambi boy die ganzen zombies die hier mal ankommen ne das ist krass krass so fast level 26 level 28 da kommt noch mehr wow wow dam 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 wow woher kam das denn eben das ja ach so der kleine scheißer kam eben an und hat sich voll weggehauen andauernd ha ha warte mal die sind aber ganz schön stark die fischer ne ja die sind richtig nervig oh man ey ja zombies geht es nicht die sind ganz schön nervig so richtig nervig geworden ist die zombies oh möchtest du weinen ey guck mal auf die Uhr oh scheiße respekt tschüss tschüss